Auf die Plätze, fertig, los! Oder besser, Vorhang auf für die neue Attraktion im SeaLife Konstanz. Zehn Eselspinguine haben ab sofort hier am Bodensee ihr neues Zuhause. Zehn Eselspinguine haben wir bekommen. Die ersten in einem deutschen SeaLife Center, die ersten Pinguine überhaupt und die ersten Eselspinguine in der ganzen Firma. Und für uns hier vor Ort die ersten Tiere, die nicht ausschließlich im Wasser sind. Für den größten Umbau im Konstanzer SeaLife seit der Eröffnung hat man sich mächtig ins Zeug gelegt. Der neue Bereich wurde so gebaut, dass sich die Pinguine wohlfühlen. Alles, was sie in der Antarktis zum Leben brauchen, bekommen die Tiere auch hier geboten. Temperatur, Sauberkeit und Nahrung sind genau auf die Bedürfnisse abgestimmt. Und dass sich die Pinguine wohlfühlen, merkt wirklich jedes Kind. Leuchtende Kinderaugen bestaunen die Action hinter der Scheibe. Und das aus jedem Blickwinkel. Sie sind durch den aufrechten Gang sehr menschenähnlich. Man kann sich damit identifizieren, weil man sich auch vorstellen kann, da übers Eis zu laufen und wie das so ist. Und da hinten wird es ein bisschen eng, denkt man dann, oh, da könnte ich auch ausrutschen. Und ich glaube, das macht das Attraktive aus. Und wir haben natürlich zusätzlich bei den Pinguinen, was wir hier gesehen haben, im Pool sind es plötzlich ganz andere Tiere. Die können fliegen unter Wasser. Das ist ganz faszinierend. Und die Flügel sind umgebildet. Sie können in der Luft nicht mehr fliegen, aber im Wasser schon. Es ist die gleiche Bewegung. Und es sieht wirklich auch aus wie Fliegen. Sie springen dabei so ein bisschen aus dem Wasser, wenn sie es besonders eilig haben, einfach damit sie den Wasserwiderstand nicht haben. Das sieht fast aus wie bei einem Delfin. Und das alles können die Besucher hier beobachten. Es sind ganz aktive Tiere. Das heißt, man kann eigentlich immer, wenn man hier vorbeiläuft, irgendwas Besonderes sehen. Die Pinguine sind aber nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Ein besonderes Erlebnis für alle Besucher. Man sitzt da stundenlang wieder vor und beobachtet die Pinguine. Sieht auch, dass die wohl Geräusche machen, weil sie den Schnabel aufsperren, weil sie den Kopf nach oben recken. Aber man hört es eben nicht durch die Glasscheiben durch. Und wenn man dann beim Füttern dabei ist und hört diese Geräusche noch zusätzlich, und da dachte ich, das müssen wir auch haben. Und dann haben wir das hier eingeschaltet mit unserem Mikrofon, unserer Lautsprecheranlage. Und plötzlich hört man, was da eigentlich los ist. Man hört, wie die Pinguine mit ihren Füßen auf der nassen Landoberfläche watscheln. Man hört, wie sie ins Wasser springen. Man hört die Wellen. Und man hört, wie sie über die Kiesel, die wir in der Anlage drin haben, laufen. Und hört dann so ein Klicken. Also man kann eigentlich, man ist direkt davor. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass da eine Glasscheibe dazwischen ist, sondern man ist wirklich mitten dabei. Ganz nah dran am Leben der Pinguine, aber auch an ihren Sorgen. Der Lebensraum der Tiere ist vom Klimawandel bedroht. Auch das lernt der Besucher hier. Im Sea Life Konstanz kann man hautnah erleben, warum der Umweltschutz immer wichtiger wird. Und ganz nebenbei taucht man ein in die faszinierende Welt der Eselspinguine.